Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play Shit, Bullshit, Random Shit mit dem Dixas. Sag hallo. Hi. Hi. Wir spielen ein bisschen die Fortress und suchen den HHH. Den, den Horseless, Useless, Horson, Bitch Typen. Ja, keine Ahnung, der erscheint hier irgendwann, dann müssen wir ihn umbringen. Und Dixas hat es schon einmal geschafft. Woher war, wo? Ach da oben. Ne, da hinten. Cool. Was wolltest du fragen? Toll, ich weiß es nicht mehr. Ich wollte fragen, wo die Sentry ist. Die Sentry, die ist... Ja, die, ich weiß, wo die jetzt ist. Die ist... Die war mal irgendwo. Ja, die war mal. Ich nehm's Play. Da wohnt man sie immer noch da. Kann man eine Sentry bonken? Haben wir Spine. Ah, der kommt in die Fickung rein. Wo ist denn der? Wow! Wow, ich brenn... Ach ja, stimmt ja, die gibt's ja auch noch. Ich sag's ja, pass auf. Wenn es heißt, sie sind das, dann renn weg. Renn weg! Als Solder. Nein, du griffst mich nie. Du hast mich getötet, no. Wer hat ihn getötet? Mich. Hab mal getötet. Uschi, ah, Uschi, Uschi! Nein, 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 nein Wurde besiegt auch von wem habe ich den besiegt Ja, du hast ihn besiegt. Du erhebst ihn. Wow! Geil! Ist cool, ne? Ey, Hammer! Und du? Kann man den nur einmal? Ne! Er hatte die ganze Zeit einen. Du hattest schon die ganze Zeit einen. Ingischa zieht im Konflikt mit anderen. Du hattest Drehpitschmein. Ja, wieso kann ich den jetzt nicht auswählen? Ich check's nicht. Ingischa steht im Konflikt mit anderen angelegten Gegenständen. Aha! Du musst jetzt mal eins abziehen und dann das andere anziehen. Ja, ich hab doch nix... Ah! 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 Bin ich lustig! Da hat er immer den Heel geglaubt! Das ist geil! Das ist geil! Ja, schon gut! Du hattest schon die ganze Zeit einen? Ich... Ey, was? Ne, ich hab gar nichts gehabt. Ach so! Ne, nix da. Ich will Ausrüstung ändern. Ne, warte. Jetzt will ich nur noch dieses Geschenk finden. Aber unten ist ne fucking Sun Tree! Ja, das Geschenk findest du schwer. Au! Wo ist dein Kopf? Wo ist dein Kopf? Wo ist dein Kopf? Wo ist dein Kopf? Wo bist du überhaupt? Zwischen deinen Beinen. Schön... Ah, das Geschenk jetzt! Ach, das Geschenk ist da. Ich geh einfach mal hier lang und da oben lang und ich hoffe, ich werde nicht abgebraten, weil ich hier was höre. Pyro-mäßig ist. Haben wir hier irgendwo ein Geschenk? Ne. Da oben war... Ne, das ist nur ne... ne Brändeleiche. Jo. Jo. Ey, guck mal, ne Brändeleiche! Ey, guck mal, ne Brändeleiche! Ich glaub, es ist Weihnachten! Wow! Achja, stimmt ja, es gibt ja... es gibt ja auch noch... Fuck, du Mist! Geburt! Ich seh's grad! Wieso bist du drüben, du Nutte? Nein! Wow, seid ihr alle schnell! Wo waren die? Ich check's nicht. Ich hab's nur einmal gefunden durch Zufall. Ja, was hast du dafür bekommen? Ähm, Dings, eine... Warte mal, sie sind doch böse, ne? Ja, nein... Ich weiß gar nicht, was böse ist. Rot ist böse, ne? Ja, Rot ist böse wegen nicht. Uschi hat das Spielverlass da, now! Hahaha, wow! Wow, Pyro, wow! Dings, lass, weg da! Du bist der Heavy, wa? Nein! Sieh, der andere hat Sekuromaske erhalten. Wegen Geschenk. Sonst gibt's auch noch die Axt vom... Toten... Ritter. Vom Toten Ritter? Klocht die Axt vom Toten Ritter. Ist geil! Wow, da, da, da ist er, der... Ah, Dingsas! Was? Wahrscheinlich, oder? Boom, 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 boom! Scheiße! Oh, da, oh man, solcher! Ich hätte meinen Bonk-Drink trinken sollen. Seinen Bonk-Drink? Ich nehm jetzt, ich nehm jetzt... Ich nehm mal ihn hier. Ja, was... Erzähl mal ein bisschen hier, wir sind ja am Aufnehmen. Jo. Was der Grund ist, warum es hier so leckt. Leckt. Ausgelutscht ist, ne? Das glaube ich dir! Nee! Mir gefällt dein Ton nicht! Das glaube ich dir! Besser? Nee, 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 nee... Der Piss hat noch ein... Oh, schönes Bild! Komm, fest, wirka! Ein brennender Engineer fällt grad tot mit Treppe runter. Äh, alter! Oh, schön! Willkommen in Teamforges! Soh, jetzt könnte ich mir einen Slogan vorstellen. Ein brennender toter Engineer wäre... Wow! Das war ja mal gut! Diesen Sprung hätte sie sehen müssen. Ich hab's ja nicht gesehen. Der war... Der war so... Wow! Ah, verloren. Hä? Wir haben noch grad erhobert, wieso ist da direkt die Zeit weg? Das weiß ich doch nicht, bitte fragen mich. Ah, scheiße, mein Stift! Männer, wir haben einen Maulwurf! Spion! Spion unter uns, Männer! Nein, wieso Mapwechsel? Wow, es geht, es geht weiter mit dem Dixas. Wir gucken jetzt, wo der reingeht, links oder rechts. Und dann geben wir... Und dann geben wir da rein, wo er reingeht. Bei mir ladet's noch immer. Es lädt, Dixas, es lädt. Es ladet, lädt. Es ladet. Es ladet. Einer aus meiner Klasse sagt auch immer, es ladet. Ja, ich weiß, es lädt. Es lädt. Und dann bring ich die immer um! Immer. Heike Post! Heike Post! Dixas, jetzt entscheid dich mal für ein Team. Ich muss erst mal join! Ja, dann leckst du mich jetzt. Ja, dann kommst du jetzt bitte in Rot. Ja, ich komm dann. Wenn du wirst? Ja, 4 5 es ist wirklich kristig dass die gleiche keine so jetzt kommt es geschenkt der blauen der bäser die roten ich schieß mal so auf ein sticht sticht nicht da hat er sich verkehrt mit dem mit dem kürbis die erste ach ja stimmt ja das ist ja aus mika jackson's thriller oder wie es heißt ne ja schuldigung das war gut das war schlecht go soldier ich bring dich um komm medic ich bring dich um medic wehrt sich und da ist noch ein schnipper wow ich will ihn mal töten hoffentlich bekomme ich die augst ja wenn du ihn mit dem ding tötest mit dem baseballschläger oder so dann bekommst du glaube ich die augst ja wenn ich denke es muss mysteriöse weise erschienen irgendwo ne ja ich habe es gewonnen ja spon das an seinem hintern oder warum finden die es mal so schnell ja das ist jetzt das glück die rennen aufgrund aber auch das angetränken das die die sniper maske ist glaube ich witzig ich will auch dieses geschenk DOMISLAM SPY SPY INDO NIER Was will er tun? den HHH abstechen warte ist denn ich auch noch hier das sieht schön aus scouts hinter dem haa haa verwunschene metallschrott hast du den umgebracht das ist ein metallrester die vom pferdlosen kopflosen weiter genommen wurde sie flüstern schwache schwache käpfe cool das brauchst du jetzt nur noch 3 malen dann kannst du Fischkuchen machen glaub ich Fisch ich glaub der Fischkuchen ist supergut nein das ist richtig scheiße ja wie ist denn so heftig schwer herzustellen so bei Baum oh 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 wenn du mal mit zuhause wärst hätt ich angst aber hier hab ich Waffen du Dutte genau selling my weapons selling my weapons irgendwie so schießen wir oh wow da geht's ja direkt ich hab irgendeine Errungenschaft ne fast anders an die Front direkt weg rein da ich kam mit meinem Baseballschläger auf den drauf nein bei mir lagts ja bei mir lagts auch wegen dem aufnehmen anstatt 120 anstatt 120 habe ich jetzt nur noch 20 ungefähr ins Visier genommen hey Tobi schreibt hey okay wir machen mal einen kurzen Schnitt und laden den Tobi ein und der macht dann mit so der bemo der joint gleiche halt die sich fresse ich mach grad ne ansage stör mich nicht wenn ich ne ansage mache warte warte ne warte wir sind verteidiger da musst du auch hier warten ach das sind die Bomben die explodieren ne ja 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 ok ich wollt's ich wollt's testen scheiße äh egal was wollte ich sagen ach der bemo der ist jetzt in der Konfi aber der ist irgendwie AK und gleich kommt er wahrscheinlich ja ja und das ganze ist mir ein bisschen zu laut hier ehrlich gesagt mach's leise ja mach ich doch oh ein roter Spy so na wo ist unser Endes bei der vorbereitet hat man ja nichts anderes zu tun was bei in 60 Sekunden Blaise Gamer wo bist du ich heil jetzt einfach irgendjemanden na na ach da bist du ich geb man an seinem Kopf na 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 juhu juhu ne warte warte wenn schon äh ne warte wo war das was was zum Ende Och Renny mach kurz im Prozess mit Deus Ex lol hih hat geklappt hallo ich ess noch Leute ihr habt's gelesen er isst noch eben was komm 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 hörst du mir nächstens zu schreib was wenn du zuhörst hallo an alle ja ich glaub ich glaub er hört zu ja ja du kannst mich nicht stampen bitch ich hau direkt die Überladung rein du das jetzt der Typ haut ab fick ihn fick ihn fick ihn ähm das darf man nicht sagen ne mach ihn tot mach ihn kalt mach ihn heiß äh der der Typ ist erschienen los mit dem Medica fixe den jetzt hinter uns wo bist du du bist in der Wand irgendwie ich nehm jetzt Heavy komm ich kann ich ihn heilen ne das geht gar nicht wow ok jetzt sie sind es nicht mehr achso ich war's hehehe halloween Geschenk ist ist da dann würd ich sagen corporator Ich weiß nicht mehr, was für den Anhaltspunkten ich hab also wo Wer ist das? Ich Habs ja ich habs uestos hhhhhh hier liegt irgendwas auf dem Boden hier liegt irgendwas auf dem Boden, einfach mal rüber gerannt hm, nochmal rüber gerannt, ey Nein, nein, stirb, stirb Okay, jetzt bringen wir diesen Huren so nochmal um oder er bringt mich um So, was hab ich denn jetzt gewonnen hier? String Tango Medic Maske, oh bin ich ein Glückspilz ey Bin ich ein Glückspilz ey Die niederste Klasse Hab ich als Maske bekommen, warum nicht? Sniper oder irgendwas anderes cooles Hahaha, ich hab ihn gebompt Hehehe, wird geil Hier hat noch nie jemanden gebompt Jetzt schon Dixas, bist du weg? Dixas ist weg Ich bin nicht alleine hier, jetzt muss ich ja alleine moderieren Das geht ja, das mache ich nie sowas Na gut, dann Schalten wir auf Let's Player um Da oben ist einer, den hole ich mir jetzt Na, Kollege, zielen Joa Ah ne, wir haben das eine noch gar nicht Ah, wo bin ich? Na komm, wenn du nicht ganz alleine bist Gut Der Bemo ist jetzt auch noch da Komm ich mir nicht ganz so bescheuert vor Nur halb so bescheuert? Ja Ja Ein Drittel Jetzt komm ich mir total albern vor Ich hab halt ne Geste gemacht Wie Oh, der Dixas ist raus Au Als ob ich ne Chance hätte Äh, was? Platz 4, 50 Platz 3, 61 Platz 2, 200 Ähm? Ey, du hast das mitbekommen, ne? Ich hab grad ein Geschenk gefunden Ja, hab ich Ey, ich hab alles aufgenommen, was ich heute alles erlebt habe Ich hab diesen... Medik-Massel? Ja, ja, genau So'n Müllbeutel mit Medik-Kopf vor? Neiin, das ist einfach ein Wunsch, einer Müllbeutel mit einem Medik-Kopf Achso Ne, das ist nichts anderes Oh, okay Ich glaub das benutze ich einfach nur für den Medik Warte, der ist gar nicht von uns, ne? Oh, pfff Ich muss grad überlegen, ob der ein jetzt von uns ist, oder? Komm, ich versuch mal zu schnippern Und zwar richtig zu schnippern Ist da wieder dieser kopflose Heini, oder? Äh, ja, der kopflose Heini ist schon tot Pfff, ja Jetzt halten wirklich alle auf den drauf, der ist ja nicht erwünscht Was war das? Ne Maske ist dir grad vom Himmel gefallen Und wie HP hatte er nun? Äh, weiß ich nicht, ich hab einfach mit nem Soldier drauf gehalten und dann ging's Okay Ja, okay, und der Rest der ganzen Map hat drauf gehalten Aber jetzt schnippern, ey Wie lange hat's dann gedauert? Weiß ich nicht Ich hab's irgendwann geschafft Ja, ich mein, wenn 20 Leute auf der Map auf den drauf halten, das dauert trotzdem 10 Minuten, äh Okay, nicht 10 Minuten, eher... Zweiundzwanzig Sekunden, so Ne halbe Minute ungefähr, war der da und dann... Ja, okay, dann ist es ja halbwegs machbar Ja... Ja... Du weißt schon, dass wir die Hälfte an Heavies hatten Und alle... Ja da 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 Und ist man mit ner Überladung sicher, oder? Äh, haben wir nicht herausgefunden Schade So, du bist blau oder rot? Äh, ich bin... ich bin blau Idiot Kann nur rot Kann nur rot? Kann sein, dass die Runde grad ganz neu angefangen hat? Ich kann nicht zählen während der Aufnahme, das ist scheiße, das leckt alles ein bisschen Hm, glaub ich Weil in die Fortis hat man ja stolze 120 Frames Beim Spielen Aber beim Aufnehmen hab ich nur um die... 20 bis 30 So, Playzy, wo haben wir denn? Äh, bla bla Äh, okay, hab die erledigt Ich blende dich um! Hä, ich hab doch getroffen Wenn jetzt nicht mehr wechselst, dann bin ich traurig Hä, ich... Bist dann traurig? Ja Ich bin der Erste, der geschoben ist Ich bin der Erste, der geschoben ist So, Tobi, wo bist du? Ach, hier! Hey Wo sind? Ach, nimmt jetzt auch so, nur weil er den auch noch umbringen will? Na, guck mal wie ich aussehe, guck mal, wo... Biss denn du? Tod Du weißt, ob ich dich Äh, äh Äh, äh Ich seh's Guck mal wie ich aussehe Ha, hah Ich seh's. Ich fühl mich toll Ich will... Ich... Ich... ich kann, ich an seine Waffe gucken und seine Waffe ist leer Komplett... hohl Der B-Mord direkt... Seinen Täter! war mit der schnellen überladen und hier doch oder ja hat man eben so den krieg das einladen jetzt krieg er hat überladen aus dem druck kaha ich habe medik so startet im sanitäter im sanitäter ok er hält sich an dich ha 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 da wurde direkt gepunkt die beiden halten hier auf den heavy da drauf hier ist irgendwo eine sentry habe ich das stufe gefühl da oben da oben hey das geschenk ist irgendwo erschienen bei mir war es hier auf dem boden direkt da wo der rote heavy grad ist und vom sniper fast weg gewendet wurde ich wechsle direkt auf den scout das geschenk er hat auch schon gefunden ne was heißt hier schon jetzt das eben viel schneller es gespawnt gefunden kann wo es gespawnt war ja die gibt es nicht ein paar mal nur einmal pro membro dann ja der kopflose reiter ist da ok los hau drauf welchen spawnlörder herr gott da passiert nichts hey der reiter hat mich gerecht dankeschön ach da oben oh god wie ist denn der da raufgekommen heute traurig hätte man müssen es wird war doch gar nicht hollett haupt sie sind es ist da ja aber noch auch und dann auch so einer mit so einem profil bild hoho ich was er ihn hei hater ey wieso treffchen nicht aaa aber das man kann das man kann das nicht mal wo es war ne das ist wirklich komplett random es gibt nicht einen bestimmten punkt oder so leider ja ich habe beide bekommen ihr kriegt mich nie ihr schweine wir hatten hier einen teleporter ach was hast du damit gemacht kaputt was soll ich damit gemacht haben explodiere du Uhrensohn warum haben alle der Moment so eine coole Axt weil die Axt cool ist schweizer boah Arschloch Arschloch fixer Drexer ja so werde ich genannt set man ae das bin ich wer sieht boah bist du krass ich bin gerade wegen dir die falsche Rechte ja alles leckt so ein bisschen da ist die orientation leuchten jords zweimal getroffen der spion spion hey cool ist er geklappt man muss nur laut genug spion rufen und schon ist er ein spion das war wirklich einer mpc nütz und ihre es ist lang ist dann wichtig hätten er auf mich drauf und wo nicht erst jetzt für gut riecht kann sein dass es neue erdingens gibt Prozent Errungenschaften nur den hallo mehr er die auch ungeschafft und gibt es schon lange die kann man sich nur nur an halloween holen ich finde das auch stumm keine ahnung er ist ein dispenser so schön versteckt irgendwo in einem häuschen eigentlich da ist ja hier du bist auch hier da kann man nicht hin kann die Minen runter wegnehmen da kommt man nicht hin hä was kann ich wegnehmen die Minen bringen die daneben ich hab dich schon explodieren lassen wow geht da die Hölle los da hat er wird die Hölle ab war ich wollte gerade eine Minenfalle machen dann aber da kann man Teleport das ist eine gute Idee da er nie was hallo würde nur klasse solidiert wo ist ein Teleporter na ok nach höheren Stufe bringt er vielleicht oder was komm schon ah naja so knapp hat folgendes gefunden dann konnte ich nicht mehr weiterlesen du ne ich nicht irgendjemand anders der schon wieder ja haut drauf ja jetzt im haus zwei kann ich dann nicht ah die Sentry Ball hat auf den Hof nein nein wie geil ah ja der ist ja aus meinem Team und ich begreif's nicht ey das ist ja das war jetzt ganz schön krüppelig irgendwie ich hab den nicht bekommen und dann hat der Kumpel von neben mich bekommen grad hab ich ihn mit Pyro erwischt ich glaub Pyro ist recht gut Pyro ist gut auch wenn man's nicht sieht brennt er glaub ich ist immer noch da drin oder? ich warte auf den Dings da ist ein Reiter ja warte ich auch was? ne ich warte auf Teleporter eben die sind das nicht mehr oh ich war's naja ach da ist der da 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 kommt man gar nicht hin wegen dem blöden Sentrys oder erwischt wow wahrscheinlich hätt ich ihn jetzt erst gesehen ey der ist ja echt der ist ja echt die der ist ja echt die ganz am flattern ne wow wow auf einmal mit Atomkugeln man sieht's an dem roten Schein genau hier Seht ihr? So, ich glaub das reicht Spannender wird's nicht Sagen wir mal tschüss ohne Dixas Sag tschüss